so hi und hallo mal wieder heute geht es um ein sticker album und zwar von violetta diese booster sticker die habe ich ja die ganze zeit geöffnet und hier ist das passende sticker album dazu für zwei euro so sieht es von vorne aus so von hinten ein bisschen merchandising und da blättern wir jetzt mal drin herum vorne die zwei sticker hinten die vier ein komplett großes bild aber nun wollen wir mal umschlagen hier kommen die bilder rein mit ein paar kleine anetoten oder geschichten jetzt wird aber ziemlich bunt richtig grill also da seht ihr das ist einfach nur grille und bunte motiven auf der seite drauf aber hallo allein die farb zusammenstellung dann in mitte wo das große bild hinkommt auf anderen seite auch aber die seiten wie ihr seht richtig bunt und grell mal ein paar seiten überschlagen die ist ja richtig grell und bunt also das ist das wie sticker album von violetta das sind die passenden booster dazu das werden wir jetzt auch noch mal öffnen um zu schauen was er drin stecken kann und wo man das bestellen könnt ganz bequem wenn ich natürlich immer unter das video verlinken ein puzzleteil eine enge rote hose puzzleteil und eine glitzer karte also ich hoffe ich konnte euch wieder zeigen was hinter das dicke album steckt und vor allem dringend renne steckt und sage deswegen wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu